Und ich sag immer noch, David Mohamed auf die Eins, wer David nicht folgt, auf Instagram und YouTube abonniert, in meinen Augen, Handy wegschmeißen aus dem Fenster. Jo Leute, was glaube ich, ich hoffe euch allen geht's draußen gut, wird gesund, das ist die Hauptsache. Heute ein weiteres Video auf meinem Kanal, und zwar, wie ihr schon wieder gesehen habt, geht's um 3D Bilder. Und zwar habe ich vor längerer Zeit, oder vor Jahr, ein Parade bekommen, von 3D World Shop. Und zwar haben wir ein Geistbild geschickt, ich habe es mir natürlich ausgesucht, das haben wir jetzt hier. Einmal hier drauf, Neymar, der Goat, für mich der Fußball-Goat, CR7, sowie auch Lionel Messi. Immer dabei hier seht ihr auch, von wo die kommen, jetzt hier Brasilien, für alles dabei, könnt ihr mal hier sehen, von wo die kommen. Und sehr, sehr gute Qualität, ehrlich, sehr gut, kratzfest das Foto, sehr, sehr gut, ein sehr stabiler Rahmen, sehr schönes Foto. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, Karibela finde ich geil, aber ich bin nicht so ein Fußball-Fan, kein Problem, gar kein Problem. Wir haben noch viele andere Sachen, spenden sie euch hier ein, Anime, One Piece, Oldschool, Tupac, Biggie, alles mögliche, haben sie auch gerne in ihrer Homepage. Bis dahin, tut mir alle eingefallen, geht auf deren Homepage, checkt ihr ab, Instagram, Instagram, TikTok, online, auf deren Homepage, bestellt, was das Zeug hält. Denn Online-Witz, Leute, das ist eine sehr gute Qualität, also ehrlich, eine sehr gute Qualität, was nicht viel kostet. Und ich meine, so ein kleiner Mann haben mir jetzt immer noch was gewünscht, für 3D-Fotos. Deswegen, checkt die Jungs auf alle Fälle ab. Und es ist geil, ihr könnt überall hinhängen, hängt zu euren Zimmer, so zum Beispiel, als Beispiel, hängt hier mal an meinen Schrank, kommt ein Freund von mir rein, sieht ja das, boah, Bruder, geil, boah, hast du das gekauft? Sag ich, Bro, 3D-Worldshop.de, da hab ich's gekauft. Lass mir mit er zu mir sagen, Bro, check ich's gleich mal ab, weil die sind halt eben sehr hoch, Alter, die sehen gut aus. Und ja, man kann nicht viel sagen, außer Leute, ehrlich, kein Spaß, checkt so ab, checkt die Jungs ab, es lohnt sich. Ihr seid robust. Das ist hier, aber es kratzt, ich kratzt wirklich. Hier, es passiert einfach nichts, sehr, sehr gute Qualität, und ich kann euch sagen, egal von wo du guckst, die Bilder sind einfach auch gut, es sind einfach auch die Bilder, und einfach nur hammergeil, schau mal, guckst euch an, CR7, Neymar, und natürlich Messi, so. Die haben noch andere Sachen, One Piece, Fifty Sam, die haben alles da, alles, was ihr wünscht. Ich kann mir auch sagen, ey, zum Beispiel jetzt, ich wünsche jetzt ein Foto von mir, von meinem YouTube-Bart, da war auch nur, ich wünsche mir ein Foto. Wer weiß, vielleicht in ein paar Monaten, dann geht's das auch, so. Wenn ihr eben bestimmte Sachen haben wollt, wo ihr haben wollt, so wie es, ihr wollt jetzt, Beispiel, für den Zidane, bleibt. Puh, was ganz absurd ist, ihr wollt ein Foto von der Angela Merkel haben, wer weiß, vielleicht können die Jungs den Traum erfüllen, was ihr Angela Merkel haben könnt, in eurem Zimmer, weiß ich meine, oder andere, andere Leute. Deswegen schreibt die an, jagt denen ihre Wünsche, und, äh, ja Leute, checkt die auf alle Fälle ab. Würde mich freuen, ist schon noch ein anderes Video, in einem 3D-Foto, äh, 3D-Bildern, noch ein anderes Foto, wo ihr euch geplant, über ein bisschen Zeit, aber, wie ihr wisst, das Ding ist krass. Die Jungs sind krass, am husteln, so, die haben was aufgebaut, die Leute, die einen Traum haben, für Bilder, sehr, sehr werte Leute, sehr korrekt, sehr, sehr gute Qualität, ehrlich, ich bin sehr, sehr überrascht gewesen, weil ich dachte mir, okay, so 3D, so, und ehrlich, so, ich dachte mir, hab ich's bekommen, Paket hier ausgefahren, ich dachte mir, wow, wow, es ist wirklich sehr schön, und checkt die ab, Leute, das ist mir im Gefallen, checkt die ab, wir haben's verdient, link in der Bio, Instagram, TikTok, abchecken, Leute, was von mir, bleibt gesund, euch noch das Beste, und wie gesagt, mein Gott nicht langsam, bis dann, peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.